Ich fahre hier mal Opfer zu Ja Ah, Platten Platten Och, nö Ja, ja, ja Perfekt might not know why we might not know how but baby tonight we're beautiful now w We're beautiful now We're beautiful now We might not know why We might not know how But baby tonight We're beautiful now We'll light up the sky We'll open the clouds Cause baby tonight We're beautiful now We're beautiful We're beautiful now We're beautiful now Wherever it's going I'm gonna chase it What's left of this moment I'm not gonna waste it Stranded together Our worlds have collided This won't be forever So I try to fight it We're beautiful now We're beautiful now We might not know why We might not know how But baby tonight We're beautiful now We'll light up the sky We'll open the clouds Cause baby tonight We're beautiful now 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 Let's live tonight, like fireflies And one by one, light up the sky We disappear, and pass the crown You're beautiful, you're beautiful We're beautiful now We're beautiful now We're beautiful We're beautiful We're beautiful, we're beautiful now Das war genau das Problem, das wir zusammen hatten hier. Genau das Problem hatte ich auch schon, wenn du den Anlieger, diesen kleinen Double oder was, in den Anlieger rein, nicht oben nimmst, sondern unten, dann drückt es dich voll weit rüber. Deswegen hat es mich da schon mal auf die Fresse gelegt. Weil du bist so nach außen getrieben, wenn du dich tiefer kackst, dann hast du verloren, dann musst du rechts. Oder du bremst irgendwie ab. Ich hab leicht abgebremst. Ich war leider damals zu schnell, ich konnte nicht mehr abbremsen. Ich war da zu schnell, hab gedacht, ich kann das noch retten und dann klatsch. Schade. Aber ich kenn das Problem ja. Sehr gut sogar. So, neun Schlauch drin. Ich hab zum Glück noch nen 26er dabei, weil ich wusste, dass ich mit dem hier unterwegs bin. Hat relativ wenig Luft vorhin drauf, was halt blöd war. aber ich hab heute gedacht, für matschige Verhältnisse besser. Aber irgendwo hat's nen Steinkante anscheinend, da ist ein ganz kleiner Snakebite drin. Ich hab gedacht, ey, ist hinter mir. Zum Glück war keiner hinter mir, ich hab den Stein schön mit der Gabel mitgenommen. Und welchen Stein hast du gemeint? Kann ich dir zeigen? Jetzt kannst du mich zeigen. Hier, irgendwo bin ich grad dran geknallt. An den tollen Stein. Ja? Wie? Guck mal. Siehst du, der wo raus guckt? Siehst du, der wo raus guckt da oben? Ja. Weiter vorne, der zweite Abschnitt. Links. Damals auch gefahren, aber irgendwann nicht mehr wieder. Guck hier. Fast hier. Hier und dann passen wir hier rein. Einen, wir brauchen noch mal. Weitalkon, in das mit dem Test die Oberfläche, Was ist einer, der da Flügel. Dann gehen wir jetzt gar nicht mehr.